Hier in der Bild-Zeitung in 13 Jahren ist Finito Kaputschko. Das ist vorbei, aber... Hallo YouTube, das wollte ich euch kurz zeigen. Der gute Ditsche, den schaue ich zur Zeit, will ich ja zwischenrein halt gerne an. Und das ist von 2007. Und 2007 hat er in der Bild-Zeitung gelesen, dass in 13 Jahren die Welt untergeht wegen des Klimawandels. Also, da hat er noch, das ist vom Februar 2007, das heißt, wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, bis die Welt untergeht, laut Ditsche. Und vor allem laut Bild-Zeitung. Also, es ist doch schön, wie sich die Sachen wiederholen. Aber was für ein Entscheidender ist, ich glaube, dass ich muss auch um die Natur anfängt zu wehren. Das heißt ja, überall 13 Jahre haben wir noch, bis die Klimakatastrophe eintritt. Die Weltmeere werden ansteigen. Die Polekappen schmelzen, das habe ich dir schon vor einem Jahr gesagt, wenn er abschwitzt, der geht die Pferde an den Ernst Agnes zu schicken. Oder keiner aufgehört. Da steht in der Bild-Zeitung drin. Genau 13 Jahre, dann ist Finito. Jo, also, wie ihr seht, vor knapp 13 Jahren hieß es in 13 Jahren und so weiter der gleiche Scheiß, den sie uns heute noch erzählen. Bloß haben damals noch keine Kinderchen dazu gehüpft. Schönen Abend, YouTube.